Und dann per Step und Step da rüber zu gehen. So sind die, so sind die Ukrainer, Jungs. Normal, wofür zahle ich dich? Komm mal her, komm mal her, Filme den Grill-Loop. Was haben wir hier drauf? Erzähl mal, Jungs. Ja, was schiebst du für Filme, ja? Was machst du da? Warte mal, Junge, das ist mein Kanal. Seh zu, dass du hier weg gehst, Junge. Wer bist du, wer du denkst? Verpiss dich dahin, wo du hin gekommen bist. Ein kleiner Schlau-Boot. Das ist mein Kanal. Gut so, Mann. Hey, Vanevo, mein Kanal. Psss, yo, Leute. Was geht ab? Welcome to the Statswerech. Willkommen zu einem neuen Video von mir. Auf jeden Fall bin ich hier gerade mit meinen Jungs. Ein Bra von mir ist aus Ukraine gekommen. Ich war drei Wochen weg. Ihr seht ihn heute wieder. Einige kennen ihn, einige auch nicht von meinen Instagram-Stories. Ach ja, falls ihr mich noch nicht abonniert habt und gefolgt habt auf Instagram, ihr könnt's gerne hier tun, unten rechts. Folgt auf Instagram, meine Freunde, um nichts zu verpassen. Wir machen uns heute auf jeden Fall einen chilligen Tag, meine Freunde. Filmst du mich richtig oder filmst du meinen Bauch? Bleib bis zum Ende dran. Das haben wir ein bisschen eingekauft. Also die Jungs haben es eingekauft. Ich war zu Hause, hab mir was eigenes geholt. Hier so ein Grill. Und ja, meine Freunde, später wird auf jeden Fall noch Fußball gespielt. Auf ganz andere Filme. Und yes, yes. MCCC, was geht ab, Leute? Ich bin gerade auch bei den ganzen Ganoven hier angekommen. Die sind gerade fleißig hier am Grillen. Leute, auf jeden Fall, die Jüngsten gerade hier fleißig am Grillen. Deren Grill ist gleich fertig. Ich dachte, ich komm kurz vorbei. Sag mal hallo. Kein Licht ist da, so ist besser. Dami ist da. Die Jungs sind da über dahin. Alli, schaffe ich das da oben? Komm mal her. Komm mal her, hallo. Alli, komm mal her. Wir machen richtig auf. Aber ich fühl mich grad sexy, Mann. Leute, schreibt mal in die Kommentare jetzt, ob ich das schaffe, direkt hier hochzuklettern und dann per Step und Step darüber zu gehen. Ihr entscheidet, schaffe ich das, schaffe ich das nicht. Schreibt mal jetzt in die Kommentare und dann werdet ihr sehen, ob ich das schaffe. Let's go. Staubkotz. So, seid ihr bereit? Komm mal heran. Remki, lass mal so, lass dich verfallen oder so. Bist du behindert? Doch, doch. Ey, das ist die richtige Filme, so. Leute, seid ihr jetzt bereit auf jeden Fall? Let's go. Komm her, komm her. Seid vor. Das geht nicht, Mann. Das ist der Fall wirklich richtig schwer. Da, ich zeig dir sogar. Ich bin viel zu schwer, Leute. Ich bin viel zu schwer. Viel zu schwer. Ich habe es gar nicht gegessen, gerade wer hinter mir ist. Auf jeden Fall, der eine oder andere bitte gerne. Schöne Grüße hier raus und den Präsidenten, der russischen, ukrainischen Putin in der Haus. Was hast du gemacht? Was geht ab? Wie geht's dir? Das war bei deinem Onkel Brot holen, Mann. Warte, warte, komm her. Erzähl mal, was geht heute bei uns? Erzähl mir die Zuschauer ein bisschen, was ihr heute so schönes macht. Ja, du bist gekommen, du grillst gleich für uns. Ich esse und saufe. Du seufst und isst, ne? Aber ich bin nicht da. Ich muss nicht wieder weggehen, Bruder. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß. Du gießt nicht, bevor du nicht gegrillt hast. Du meinst was essen. Nein. Essen tun wir das. Das ist bescheid. So sind die, so sind die Ukrainer, Jungs. Normal, wofür zahle ich dich? Auf jeden Fall, meine Freunde, bin ich jetzt wieder, wie immer, am Grillen, weil sie das ganze Sch... Lass mich keine Beleidung abgeben. Einfach, für nichts nötig sind. Nicht zu gebrauchen sind. Komm mal her, komm her, fuhl mal den Grill, du. Was haben wir hier drauf? Erzähl mal, Jungs. Ey, du Deutscher, erzähl mal, was hier drauf ist. Hähnchen. Hähnchen? Ach so, ja, hier sind Hähnchen, Leute. Und da ist mein Fleisch, damit ihr bescheidigt wisst. Und auf jeden Fall, wir drehen diesen schönen Fleisch bestimmt mal hier. Genau das hast du gesagt. Einfach nur für Remy K. Einfach nur für Remy K. Und Sammy K. Yes, yes. Das ist auf jeden Fall mein Arm, meine Freunde. Und ich hoffe, wie gesagt, das Video bis hier hat euch gefallen und wir werden noch viel schönere Sachen heute Nacht erleben. Du bist ja nur Sammy K, Bratan. Bratinas, Braturas. Ja, Mann. Sehr strass. Wo hast du diese Kette, Hanno? Erzähl mal. Hab ich gekauft, Brat. Er ist vom LKW gefallen. Er ist vom LKW gefallen. Autodox. Der gerade das Grill macht. Talatala, Talatala, bitte nur. Ich zeige ihn extra nicht, weil der hat heftigen Körper. Er ist vom LKW gefallen. Er ist vom LKW gefallen. Er ist vom LKW gefallen. Aber so was kommt ich nicht so los. Guck mich doch an, Mann. Trotzdem, Bruder, du machst es mit Leidenschaft, Bruder. Was? Dass ich fett bin? Nein. Achso. Wenn du es auch nackig machst, Bruder. Achso, Bruder. Ritt bei Porno, glaube ich. Scheißegal. Ich mache Fettporno, Bruder. Für mich noch nur, wollen Sie es zu krallen? Achso, ich dachte, der Grill ist leckerer. Das ist hier unser Tupac aus Bremen. Ihr seht es selber klar. Der war damals bei... Der hat jetzt ein ganzes Leben lang schon seitdem er vier Jahre als erstes auf die Welt kam. Leute, ich spasse Leute, das ist Ibrahim. Ich kenne dich schon sehr lange. Da war der noch so klein wie mein kleiner Bruder Sima. Der hat überhaupt... Das war nur noch Haut. Da war nicht mal ein Muskel. Mittlerweile hat er von allen, die gerade hier sind, beste Körper. Ganz einfach. Ich zeige euch mal jeden hier. Da ist ein bisschen Fett dran. Da ist auch Fett dran. Der ist dünn. Der tut so, als ob er auch fast hat. Okay, läuft. Jawallah, wir laufen auch bei dir. Das habe ich gerade erst gesehen. Power, meine Freunde. Mein Steak ist fertig. Wir holen jetzt rein. Ich bin satt. Sonnenuntergang. Diese Jungs sind noch gerade am Essen. Und... Ich weiß nicht, ob der eine oder andere das von euch kennt. Aber die Jungs hier machen hier... Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr wisst, was das hier ist, Leute. Derjenige, der das zuerst weiß, wird direkt angepinnt. Ich weiß jetzt mittlerweile, was es ist. Hat das noch nie probiert. Probieren wir mal gleich ein Stück. Gucken, wie das ist. Ja, die beiden Herrschaften hier. Sagt man das so? Der Bra will gleich schwimmen gehen. Wo wollen wir hin? Wo wollen wir schwimmen gehen? Mit den Senjis? Mit den Senjis? Mit den Senjis? Mit den Senjis, das kommt rein, Alter. Leute, er ist richtiger. Erklär dir mal bitte, was diese Person hier macht. Was machst du hier gerade, Bruder? Chillen. Erklär den Leuten kurz, was du hier machst. Schlafen, chillen. Du willst schlafen, Bruder. Du willst einfach schlafen. Während wir hier einfach noch chillen. Alle Abend chillen, so ein bisschen schlafen, Jani. Was soll ich machen? Ich muss da arbeiten. Wo hast du da gearbeitet, Bruder? Rewe. Ja, Mann, Jack. Du pennst einfach, während wir hier grillen landen? Wie? Warum? Ja, schiebst du schon Filme, ja? Warum? Warum, Bruder? Das ist auf jeden Fall, Ibrahim, Leute. Das ist einfach eine Person aus meiner Hut, der einfach, weiß nicht. Einfach anders einfach ist. Er ist einfach anders. Jeder hat mich nur eine Person und seine Hut, der einfach anders ist. Das ist einfach Ibrahim, Digi. Der pennt einfach hier, ja? Gute Nacht, Bruder. Ja, Allah. Auf jeden Fall, meine Freunde, sind wir jetzt hier gerade nach dem Elend. Wir haben einen leckeren Grill und brauchen eine leckere Pfeife. Gemacht wurde die von Mustafa. Was brauchen wir gerade für einen Tabak? Das ist Toplab. Schöne Grüße, meine Freunde, nach Nimbok, an Nubar. Bra, kurban. Ciao. Ich bin in Hawaii, der WDR. Ich bin Alexander Duminaski. Ich bin wirklich mal kurz. Schöne Grüße, geht raus. Er ist hier gerade bei der Hut. Ciao, Tamaschka. Wer ist Ibrahim Balawan? Ich sag den Leuten mal, wer ist Ibrahim Balawan? Das ist der, der durchtrainierte Tee ist, no? Ah, ah, ah. Der Körper trainiert, aber Gehirn nach hinten. Warum hast du eigentlich keinen YouTube-Walik? Warum macht der YouTube-Walik, der hier gechillt hat? Die Kanzler haben übernommen, denke ich. Ja, die haben übernommen. Er sagt mir 34 Mal die ganze Zeit, Bruder, es ist zu kalt. So, muss vorbei. Halt die Schnauzeln. Schnauzeln. Warum denkst du, dass du schlauer bist als wir? Warum geht's doch gar nicht mal? Er soll mir nicht 30 Mal am Tag sagen, wie kalt es ist, Mann. Warum bist du so dumm, Ibrahim? Der Junge war hier, Leute. Wenn es 45 Grad ist, er braucht eine Jacke. Der ist nicht von dieser Welt. Das ist ein Alien hier. Aber ich war in der 7. Klasse weiter als die alle, ich schwöre. Ich war mit dir in der Grundschule. Ich war mit dir in der Grundschule. Ich war mit dir in der Grundschule. Du sollst die Geschichte erzählen. Deswegen ist er auch in der 7. Klasse zweimal sitzen geblieben. Er hat ihn geflohen, gegen zwei Jahre nicht zur Schule, und dann wurde er wieder in der 3. reingeschoben. Aber Ibrahim, kannst du mir was erzählen? Ja, Digga. Dann wärst du schon in der 3. Klasse aus der Schule fliegt, dann macht doch keinen Sinn. Ich weiß, was das Schlimmste ist? Ey Jungs, ihr wisst nicht, das kannst du über ihm nicht. Erst bis 4. Klasse, der junge Mann durfte die Pause machen. Ich schwöre auf alles, man geht Pause machen. Ey so, Braum, Issa, mit Issa zusammen. Wala wird wieder Scheiße gepolt. Loh, keine Pause machen. Deine sitzt da hinten. Deine sitzt da hinten. Wir durften nie in die Pause machen. Wala ist so witzig, ne? Ich war aber Luxusfurt, wenn wir einmal auf die Grausenschule durften. Dreckige Reihe aber. Ja, die Rechnung haben wir wieder ein Verbot bekommen. Ich schwöre auf Gott, als ob das gestern wäre. Ich hab 5 Pausen gemacht. Boah, das ist schlecht. Und das ist nach der Schule und vor der Schule, ne? Und, äh, ja, die Rechnungs kommen jetzt alle gleich. Ich spiel noch bisschen Fußball hier. Den Abend ausgelassen, alles hier verbrennen. Damit man nicht so dick wird. Ich weiß ganz genau, nicht wie mein Bruder Sami. vie 나오 Und wie we war keywords. Wo sind wir? Wiemwa. Hier, zwei? Wasser部分 werden dann schon wiederkommen. Da sind opportunities undорм ich Gottes für die Hoffe Schere. Das war's für heute. Nein! Nein, der war gleich noch hier! Nein! Nein, der war ganz genau hier! Nein, ich habe alles hier! Ei, was ist das? 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 Ei, Mann! Ei, Mann! Ei, Mann! Ja, habib... Ja, habib... Hey, komm, komm, komm! Jetzt, jetzt! Ruhig! Ruhig, ruhig, ruhig! Hey, nie, nie, nie! Ja, ja! Ruhig, ruhig, ruhig! Alles! Wir haben den Füßen! Wir haben den Füßen! Wir haben den Füßen! Ingerecht, ne? Ball auf! Glocken, Lass! Mullig! den Füßen! Mulher will er mit und den Füßen! Das war's! Das war's! Das war's! Der Mann schief, ruhig, ruhig! Na das war's! Der Mann schief, ruhig, ruhig! Das war's! Ich küsse eure Herzen meine Freunde, ich hoffe das Video hat euch gefallen, falls ihr mehr von solchen Vlog sehen wollt mit meinen Jungs, gebt diesem Video einfach einen Daumen nach oben und kommentiert das Video was ihr mehr sehen wollt von uns in Zukunft und das ist Hassun. Liken, 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 abonnieren und die Glocke anläuten. Ich küsse eure Herzen, wir sehen uns. Outline Ramy K, zu windig, zu windig. Kiki! Ramy K. Ramy K.